Servus liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, liebe Besucher und alle die wegen Sirenentechnik oder dem Glockenkieser-Handwerk bei mir auf meiner YouTube-Seite vorbeischauen. Hallo, ich bin der Glockenkieser und heute habe ich etwas Sirenentechnisches für euch da und zwar einen Sirenensteuerempfänger MS200DSE2. Manche einer wird sich jetzt fragen, hä, DSE? Ja, habt ihr schon richtig gehört, DSE steht für digitaler Sirenensteuerempfänger. Ich habe ihn mir jetzt angeregt, der war bis vor kurzem auf einem Sirenenstandort im Einsatz mit einer E57. Der Standard ist aufgelöst worden, die Sirene und der Schaltschrank sind bereits an Sammler vergeben worden und ich habe den Funksteuerempfänger von dieser Sirenenanlage gekriegt. Und den werde ich mir an meine Schaltwand mit den ganzen anderen Sirenensteuergeräten mit dranhängen. Und damit ihr mal seht, wie ich so ein Ding prüfe und wie man sowas einrichtet, weil da gibt es nämlich eine Programmiersoftware dafür, drehe ich jetzt das Video. So, ich will euch nämlich heute einmal zeigen, wie ich die Programmiersoftware verwende, wie man das Ding richtig anwendet und so weiter und so fort. Ich habe das Programmierkabel schon angeschlossen. Da sieht man es, das ist der Anschlussstecker für das Programmierkabel, ist ein 15-poliger Anschlussstecker. Der Fernwerkempfänger muss natürlich am Stromnetz hängen, habe ich schon gemacht. Sehen tut man das an der grün blinkenden Leuchtdioden. Und das Programmierkabel hat auch schon die Verbindung hergestellt. Das sieht man hier an diesem Adapter durch die blinkenden Leuchtdioden, grün und rot. Und das Gerät hier, das ist mein Prüfsender. Den Prüfsender habe ich vom YouTuber Oliver229 bekommen. Ein super Gerät ist das. Ich habe es schon über den Freenet-Bereich mit meinem Funkscanner mal getestet. Funktioniert richtig klasse. Ob es aber von der Qualität her so gut ist, dass es auch einen Seriensteuerempfänger prüfen kann, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt mal austesten. Das ist eine Doppelpremiere. Einmal Funktionsprüfung und Auslesen bzw. Programmieren von einem DSE, meinem ersten digitalen Seriensteuerempfänger in meinem Leben überhaupt. Eine Premiere und dann der Prüfsender vom YouTuber Oliver229. Funktioniert das? Kann ich dann mit dem Seriensteuerempfänger testen? Das prüfen wir jetzt beides. Die YouTube-Seite von dem Oliver229, von dem ich diesen Funksteuerprüfender habe, diesen Poxac-Prüfender, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal bei dem umschauen. So, und wie wir das machen mit der Software, das zeige ich euch jetzt. Ich schalte jetzt mal rüber zu der Software. Dann gehen wir hier oben auf Datei. Und dann lesen wir diesen Seriensteuerempfänger erstmal aus. Und schauen, was da drauf ist. Wenn denn überhaupt noch was drauf ist. So, wir haben jetzt das. Gut, der Seriensteuerempfänger, der uns hier angezeigt wird, das ist ein modernerer, ein CR210. Aber die Platine, die in meinem DSE drin ist, die ist auch etwas jünger. Das ist also ein etwas neueres Modell. Das ist also dasselbe, was in diesem CR210er verbaut ist. Ist also alles richtig, das passt. Und wie man sieht, sieht man nichts. Es ist leer. Der ist also in den Werkszustand zurückversetzt worden. Ist auch völlig in Ordnung. Kann keiner was dagegen sagen. Gut, ich möchte das Ding jetzt prüfen. Dazu müssen wir ihm erstmal eine Rufadresse geben. Das ist hier diese RIC. Nennt sich Radioidentifizierungsnummer. Bei den analogen Geräten würde hier 5-Tonfolge stehen. Und die Radioidentifizierungsnummer, das ist eine 7-stellige Zahl. Und weil wir hier einfach nur was testen wollen, nehmen wir einfach mal ganz klar die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt muss ich noch einen Sirenenalarm zuweisen. Hier habe ich die Funktionen A, B, C und D. Und da kann ich jetzt den Sirenenalarm dieser Rufnummer zuweisen. Da klicke ich mit der rechten Maustaste drauf. Nicht mit der linken, sondern mit der rechten. Und dann kann ich hier die Alarme jeweils auswählen. Ich habe einen Feueralarm, Heulton, Entwarnung und dann noch Prüfsignale mit unterschiedlicher Länge. Und jetzt kommen wir hier noch einen Heulton minus SA. Da werden sich jetzt einige fragen, SA, meinen die damit jetzt die Elektro-S-Sirenenversion, wie zum Beispiel S3A oder S4A etc. Nein, das ist die interne Abkürzung für Heulton Sachsen. Das ist, um es jetzt mal so zu formulieren, der Sirenentakt für den Luftalarm von der ehemaligen DDR. 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Für Sirenen, die eben etwas langsamer hochfahren, wie eine DS977 oder eine S385. Wenn nämlich für so eine Sirene der Sirenensteuempfänger verwendet werden soll, dann kann man das nämlich so einrichten, dass die Taktung zur Sirene passt. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich eine E57 oder auch eine andere schnell anlaufende Sirene verwenden will. Deswegen nehme ich den normalen Heulton mit 2,4 Sekunden langen Impulsen. Das ist also ein Luftalarm mit 13 Schaltsequenzen pro Minute. Das ist typisch für Sonnenburg. Bei PSE haben sie 15 Schaltsequenzen pro Minute. Das ist auch die originale Luftalarm-Taktung von der damaligen Deutschen Bundespost. Aber mit 13 Schaltsequenzen ist es auch okay. Auf diese Weise kann man übrigens auch raushören bei einem Probealarm, ob der Sirenensteuerempfänger von Sonnenburg oder eben von PSE Elektronik ist. Nur die Sonnenburg-Fernwerkempfänger haben 13 Schaltsequenzen pro Minute beim Luftalarm bzw. bei Warnung der Bevölkerung. So, ich richte jetzt hier gerade die ganzen Sachen noch ein. Ich habe jetzt der Rufadresse 1234567, 4 Sirenen-Signale zugeordnet. Und damit die auch wirklich verwendet werden können, muss ich mit der linken Maustaste nochmal draufklicken, damit sie grün werden. Und jetzt sind sie auch wirklich aktiv. Jetzt sind sie zugeschaltet. Und das muss ich jetzt noch auf den Sirenensteuerempfänger, auf den DSE rüber senden. Dazu gehe ich hier auf Übertragen. Jetzt hat er Schwierigkeiten, das Programmierkabel zu erkennen. Mal gucken. Ja, jetzt hat er es gefunden. Passt. Und dann klicke ich auf Download. Jetzt sendet er die Daten zum Sirenensteuerempfänger rüber. Das erkennt man auch an diesen blinkenden Leuchtdioden und dass hier die rote Leuchtdioden angegangen ist. Jetzt ist die Übertragung fertig. Die Daten sind rüber gesendet. Die LED ist aus. Hier blinkt es jetzt nur noch. Und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, nochmal zur Sicherheit auslesen. Dann weiß ich auch sicher, dass die Daten drüben sind. Das hat funktioniert. Hier habe ich die REC, die ich Ihnen genannt habe. Und auch die ganzen Sirenen-Signale. Perfekt. Die Einrichtung hat schon mal geklappt. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Und jetzt will ich aber wissen, macht er das auch, was ich ihm gesagt habe, was ich ihm einprogrammiert habe? Dazu gehe ich jetzt auf die Software für den Prüfsender. Hier kann ich ihm jetzt verschiedene Sachen nennen, die er machen soll. Ich gebe jetzt hier mal die Rufadresse ein von dem Sirenen-Steuer-Empfänger, die ich ihm gerade einprogrammiert habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funktion machen wir mal A. Nehmen wir mal den Heulton. Mehrfach-Aussendung will wissen, ob ich es einmal oder zweimal senden soll. Ich will es nur einmal senden. Sendetext habe ich schon vorab eingegeben. Dann klicke ich auf Übernahme. Dann wird es in die Sendeliste übernommen. Und wenn ich jetzt auf Senden klicke, sendet der Prüfsender das raus. Ich habe hier diesen Kanal. Dann wird mir alles nochmal angezeigt, ob ich das auch wirklich senden möchte. Wenn ich jetzt auf Okl drücke, wird es auch wirklich geschickt. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Erst wird der Sender initialisiert. Wenn er sendet, hört man das Poxac-Protokoll im Lautsprecher von diesem Funkempfänger. Und der DSE müsste dann auch schalten. Und das testen wir jetzt. Achtung! Klappt ja wunderbar. Kann man nichts sagen, hey! Achtung! 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 Ja, der Prüfsender ist wieder in Bereitschaft. Zeigt an, dass er mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Die rote LED oben, die da blinkt, die zeigt den geschalteten Sirenenzakt an. Die grüne LED zeigt an, dass alles, was über Funk reinkommt, in die Warteschleife, in den Wartespeicher geleitet wird. Und die blaue LED zeigt die Sperrzeit an. Jetzt ist der Alarm zu Ende, weil die grüne Leuchtdiode wieder blinkt. Im Speicher haben wir nichts hinterlegt, weil wir eben nur ein Signal rausgesendet haben. Jetzt ist die Sperrzeit auch zu Ende, weil die blaue Leuchtdiode aufgehört hat zu blinken. Ich könnte also jetzt wieder was schicken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich sende ihm nochmal was rüber. Und zwar sende ich ihm diesmal das Prüfsignal mit 4,8 Sekunden Dauer. Hat funktioniert. Optimal. Also, dann haben wir das geschafft. Der Prüfsender von Oliver 229 Verlinkung in der Videobeschreibung Hat funktioniert. Man kann ihn also zum Testen von Sirenensteuergeräten vom Typ DSE verwenden, sofern sie nicht verschlüsselt sind. Und man kann sie auch für Taschenmeldeempfänger verwenden, sofern sie auch nicht verschlüsselt sind. Beides kann mit diesem Prüfgerät, mit diesem Testsender getestet werden. Super Sache. Absolute Oberklasse. Gut, den Sirenensteuerempfänger, den DSE, den werde ich mir jetzt an die Sirenenwand hin montieren, an meine Schaltanlage, an meine historische. Da habe ich dann nämlich alle Auslösemethoden, die für eine Sirene jemals verwendet worden sind, zugegen. Und das wäre es dann fürs Erste. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und dass ihr mit eingeschalten habt. Bis zum nächsten Mal. Verdeht mich frei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert's, wenn ihr noch nicht habt. Ich freue mich über jeden Zuschauer und jeden Abonnenten, der da ist. Müsst ihr nicht. Deht mich aber gefreien. Ich wünsche euch alles Gute. Servus Lea. Bis zum nächsten Mal.